Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Platz, wo so eine Bühne für ein Naturfilmfestival stattfinden kann. Und diesen Schritt haben wir auch deshalb gewählt, weil wir diesen Künstlern mit Bild und Ton Raum geben wollen, mit ihrem Werkzeug, ihrem künstlerischen Zugang, dieses Thema zu artikulieren. Das ist natürlich auch ein Wettlesen. Diesmal mit einer speziellen Herausforderung für alle Poeterinnen und Poeten, denn zum Thema Natur haben sie sich etwas einfahren. Verlassen in ihrer ganz besonderen und speziellen Art und Weise. Aua, Han, B. Ich wünsche, ich wäre ein Kängur. Das markiert eben unserer nächsten Verwandten. War, in Koso oder sonst wo. Ich habe eigentlich das Thema ein bisschen verfehlt. Es wurden vorher Menschen mit Tafeln ausgestattet, aber lassen Sie mich davon irritieren. Film ab! Bis zum nächsten Mal.